Mit dem Fan-Bike auf der Condor, aber nicht dem Flugzeug, dem Chat, sondern der Lacht eines Amerika-Fans. Und George W. Böhm, der filmt wieder sehr, sehr dynamisch. Ein Hauch des G8-Gipfels, Land-Off-IDs sind hier auch noch zu sehen. Vielen Dank, Herr George W. Böhm, dass Sie heute Zeit haben, das alles mitzudrehen. Und herzlichen Dank auch an den zusehenden Kapitän. Na ja dann, Ahoi!